Klar. Wer ist denn Dwight? Den habe ich noch gar nicht getroffen, oder? Das ist Swilgar, oder? Der kann sich gut verstecken. Ne, Swilgar? Was ist los? Genau. Du wurdest gerade gefragt, wer der Dwight ist. Das bin ich. Ich bin immer Dwight. Tag ist nun leid. Dunkel war's, der Mond ging heller. Der Vibrator im Hintergrund klingelt. Ich habe mich auf meinem Stuhl anders hingesetzt. Auf deinem Stuhl? Das ist ein Massagestuhl, ja? Meinst du das? Kann sein, keine Ahnung. Weil das wär mein... Wenn der so, so vibriert beim Rum... Ach du heilige Scheiß. Ich seh nichts. Also Gott sei Dank stehen hier auf uns so Sachen, wo man mal sehen kann. Ich glaube, jetzt, jetzt kriegt er uns alle. Oh, hallo. Jetzt kriegt er uns alle, ich sag's dir. Hey, ich hab jemand gesehen. Muss die Route gehen hier. So seht man die Kraft da auf dem Boden, wenn ihr rennt, wenigstens besser. Weil so Leute nicht rennen. Rennen hat Unfälle zu folgen. Ich hab mich auch bei Alien Isolation immer gesagt. Ach. Die Androiden, die einen töten wollen. Generatoren finden ich so. Ich hörte was. Niemann in den Himmel gucken. Ich hörte was. Na aber... Gab einen. Ach fuck. Du siehst gar nichts. Mach's euch mal bemerkbar. Nein. Mal in Sneaky Mode. Und... Ach, schau an. Ach, schau an. Was? Oder was? Nö. So eine Scheiße. Ich bin doch kein Schrankennutzer. Biki, Biki, nein. Na? Ah, da liegst du. Auch ein Haken. Also ich hab keinen einzigen bis jetzt sabotiert, ja? Also... Das Ding ist einfach der Hammer. Und der Mond, die... schön im Hintergrund. Ach, herrlich. Ich bin so lustig, dass Nea so schnell, ähm, croucht, wie die anderen laufen. Okay. Bisschen langsamer, aber hey! Guck mal, da läuft Dwight. So ein seltenes Pokémon-Reich-Sport. Ja, da muss man hinterher. Ja, da muss man hinterher. Pokémon... äh, Dead by Dead Nightmoon. Komm und schnapp sie dir. Uuuuuuuuh. Schön, der Wolf. Danke schön! sorry ja gerade auch stehen alles kreisverkehr Oh, verlaufen. Dann hast du mir egal, bist du auch irgendwann mal fertig? Nö. Okay. Verfolgt nicht. Ah, gleich aber. Jetzt bin ich fertig. Beton. Irgendwo ein Haken? Guck mal da. War ja praktisch. Mhm. Ach, war nur nicht schön. Du 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 du. Spielst du uns ein Lied? Ähm. Gonna be a hero. Hier war doch jemand. Da. Nein, 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 nein. Dankeschön. Bitte, bitte, bitte. Scheiße. Kann mich hinlegen, wo ich will, der hat ja eh Deerstalker dabei. Der Nebel ist zu dick. Der Nebel ist zu dick. Tim. Tim. Ich sehe, was du tust, Marina, und das ist es für dich. Hey, wo ist es für dich? Tim. 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 Ach da! Fuck! Will ich mal jemand anders jagen? Ach nee! Ich finde dich halt! Ja, pfff! Nee, hast du nicht! Aber hier müsste doch irgendwo noch ein zweiter sein! Nein, hier ist niemand mehr! No one's here! Die sind alle an den Exit Gates noch an den Generatoren an allem möglichen beschäftigt Ich guck mal, ich versuch hier runter zu gehen Just kidding! Doch doch nein! 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 Wo willst du hin? Ganz weit weg! Ganz weit weg! Ganz weit weg von dir! Ach! Danke! Nach unten! Verdammt, da war ein Haken! Scheiße! Jetzt kannst du wenigstens nicht mehr alleine runter! Immerhin! Ich hab das falsche Park mitgenommen Ich hab das Park mitgenommen, wo man sich schneller unsichtbar machen kann Aber ich wollte das nur schneller Jetzt nicht mehr Ich hab das mal kaputt Aber ich hab das noch mal kaputt Wir sind schon so lange miteinander, wir müssen uns nicht nachdenken. Ja, wir sind schon eine Herz und eine Seele, sind wir schon alle. Ja, ja. Wir sind eine Person. Und der Killer sei eine Person? Was? Nein. Wir sind eine Person. Nein, jetzt sind wir alle weg. Wir sind Maba... Kaaas... 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 Madagaskar, okay. So. Ne, Maba. Ja, ja. Also Maba, Gaskar. Hier, hier, hier! Rechts, rechts, rechts! Rechts, 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 äh... Ne, links. Hä? Raus. Geht raus. Ja, wir gehen ja schon. Ich bin beim falschen Ausgang. Ah, ne. Nicht ganz. Oh, ein wildes Dwight! Oh, der Dwight! Danke. Ich bin ein Schubser, ne? Mhm. Aaaaah! Dammit. Ich hab' ich gar keinen mischt. Ah, das ist doch... Alter, das ist mega! Nice! 15.000. Mhm. Hab' ich zweimal... Er hat... Er hat dich einmal runtergeholt, dann hat er mich zweimal... Nee. Warte. Ach, egal. Wir haben alle genug Punkte. Ja. Die wir nicht kriegen, weil es ein Friends-Match ist. Ja. Aber man hat wirklich kaum was gesehen. So. Ja. 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 Vielen Dank.